Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Sonic the Hedgehog. Hallo. Lauter. Hallo! Ja, genau. Ey, jetzt explodier endlich! Nein! Ich schaff's nicht, Scheiße! Nein! Nein! Boah, verdammt. Du bist so ein Depp, ey. Ja, ich hab ihr vorhin gesagt, sie wusste nicht, was sie sagen soll, aber ich hab gesagt, sag einfach, wenn ich was Dummes mache, oh Gott, bist du ein Depp oder sowas. Das fiel ihr dann leichter, glaub ich. Und, ähm... Okay. Okay. Okay, ich muss ein bisschen schneller vorlaufen zur Bombe, damit die Bombe... Jetzt hoch geht, okay. So ungefähr muss ich stehen, glaub ich. Ja, okay, fertig und los. Okay. Ähm... So, dann ging's hier bergab, ne? Ähm, 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 okay. Also hinter ist irgendwo das Ding, aber ich komm da nicht ran, keine Ahnung. Egal. Also da ist der Diamant da, egal. So, jetzt hier bin ich letztes Mal gestorben. So, was kommt da jetzt noch? Okay. Hier drauf gehe und dann hier rüber springe. Sollte es passen. Okay. Und dann hier rüber. Okay. Oha, gleich noch einer. Verdammt. Oha, verdammt. Alle schießen auf mich, alle schießen auf mich. Oh Gott. Und hier geht's rein? Okay. Ah. Okay. Okay. Oh, das war's schon. Oh, geil. Geil, letztes Level. Ja. Und zehn Ringe, eine tolle Aktion. Geile Sache. Geile Sache? Geile Aktion. Geile Aktion. Scheiße, komm dich da, dann hört man dich auch ein bisschen. Ja, nur vier Diamanten. Tut mir leid, Leute. Ich habe zwei verpasst. Okay. Es tut mir leid. Oh mein Gott. Egal. Endpass. Und ich habe fünf Leben. Ich glaub doch, dass jetzt nichts mehr kommt. Ich meine, da kann nichts mehr kommen. Ich glaub, jetzt kommt der Endpass. So. Ich sag's jetzt einfach und es ist so. Punkt. So. Okay. Und los geht's. Ups. Okay. Ich sag doch, der ist in so einer Röhre drin. Aha. Okay. Aha. Und. Uh. Da feuert er gleich. Oh Gott, was kommt da? Äh. Was kommt da? Was kommt da? Was ist denn das? Oh Gott. Nein. Oh. Okay. Es braucht voll lange, bis es kommt. Okay. Was passiert? Immer dasselbe? Ja, das ist ja leicht jetzt eigentlich, oder? So. Okay. Das kriegen wir hin. Der ist ja simpel. Und ich kannte den echt nicht mehr. Mach ich ja. Zack. Ähm. 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 Ja, der macht Blitze und schießt irgendwie kleine Wichskugeln durch seinen Hypnose-Strahler. Weiß ich nicht. So. Ach, ich sag gar nicht mehr viel. Ich muss nur... Ups. Oh, verdammt. Ich hab grad zu dir geguckt. Äh. Ja. Also, ich treff ihn damit ja. Siehst du ja irgendwie. Und ähm. Ich halte das jetzt für verdammt simpel. Was passiert jetzt? Äh. Ich trau mich grad nicht wegen dem Ding. Was passiert denn jetzt? Irgendwie geht das Ding nicht mehr, oder? Doch. Okay. Äh. Leck mich am Arsch. Was soll das denn? Der macht jetzt völlig, völlig random. Okay. Okay. Verdammte Wichse. Oh nein. Oh nein. Was ist das für ein Rotz? Okay. Weg da, weg da, weg da. Danke. Oh. Okay, okay. Auch nicht so schlimm. Einfaches Muster. Okay. Durch. Jetzt nochmal. Weg, weg, weg. Und durch. Und weg. Oh. Okay. Wie viel kann denn der Wichser ab? Wie oft hab ich ihn getroffen, Schatzi? Und durch. Und ich kann nur einen Treffer ab. Wenn ich einmal getroffen werde, bin ich tot. Oh Gott. Aber ich brauche keine Safesteads, glaub ich. Ach, verdammt. Ich hab durchlaufen sollen. Egal. Lieber zu viel zu... Nee, ich warte lieber, bis der nächste Schuss kommt. Okay. Und durch. Okay, er ist weg. Alles klar. Ich hake ihn, das Schwein. Komm her, du Wichser. Ich trete in die Eier. Was? Okay. Ja, was? Was machst du, hä? Ich kann mich nicht bewegen? Komm, ich will ihm den Arsch bringen, den fetten Sack. Komm her. Was soll das? Ja, genau. Spring rein hier. Hol den dir. Den Tiger hier. So. Okay. Ähm. Jetzt kommt er. Ähm. Darf ich auch was machen? Hallo. Guten Tag. Pounce. Alter, da ist er. Haut, die man ins Gesicht hat. Oh, Alter. So. Hm. Genau. Okay, was haben wir jetzt? Ähm. Ganz viel Industriegebiet da oben, oder was? Chaos Emerald, viermal 20.000. Ja, tut mir leid, ich hab nur vier gefunden. Ich weiß auch nicht, wie man an den letzten Rand kommt. Keine Ahnung. Zwei. Eins. Noll. 252.800. Ich hab nicht mal ein Continue gebraucht, Leute. Scheiß Save-States. Ich brauch doch keine Save-States für so ein Dreckspiel. Leute, was hab ich erzählt am Anfang? Fünf Leben übrig. Ja. Left wollte ich grad sagen, genau. Genau. Auch nochmal 5.000 pro Stück. Was gibt's noch? Continuous Over Left hier oder so? Special Bonus. Oh. Kein Special Bonus. Haben nicht alle... Wahrscheinlich hab ich nicht alle Emeralds gefunden. Also diese... Diamanten dort. Ja, sie kennt das Spiel nicht. Sie hat das jetzt, ähm... Ne? Oh. Oh. Ja. Okay, äh, was kommt jetzt noch? Hallo? Ähm. Okay, jetzt geht's weiter. Ähm, genau. Sonic singt. Und ich glaube, wenn man alle Diamanten hat, dann steht hier irgendwie ein anderes Ende. Also... Pfff. Keine Ahnung. Sonic the Hedgehog. Master System Version. Ja. Sonic the Hedgehog. Der Igel. Das bin ich auch. Aber ich bin der coolere Igel als Sonic. So. Original Character Design. Ähm. Sega. Ja. Gut. Ähm. Ja. Hab's geschafft. War ja gar nicht mehr viel. Ja. Äh, Stab. Also, die Leute, die es gemacht haben. Also, da sind einmal die Leute, die, äh... Game Program. Ja. Also, die das Ganze gemacht haben. Shinobu. Hayashi. Und keine Ahnung. All die ganzen Leute da. Keine Ahnung. Ist mir auch Wurst. Was soll ich zu dem Spiel sagen? Ist halt ein Klassiker. Eines der ersten Spiele, die ich gespielt habe. Ganz am Anfang, als ich ganz, 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 ganz jung war. Ganz viel ausgerastet bin. Und mich über alles aufgeregt hab. Und mein Bruder hat mich immer ausgelacht, weil es viel besser konnte und so. Aber das soll er erstmal nachmachen. Ja. Ach, ich kann mich erinnern, worüber ich ganz stolz war. Och, ich war im Dschungel. Ich war im Dschungel. Ja. Und, ähm, jetzt hab ich das Ganze mal locker nebenbei gemacht. Ähm. Was ein einfaches Spiel. Haha. Aber vielleicht hab ich's auch einfach nur drauf. Ich weiß es nicht genau. Ja. Schön. Wieder ein Let's Play beendet. Auch wenn da eine längere Pause bis zum letzten Teil war. Tut mir leid. Guckt's euch alle an. Freut euch darüber. Ähm. Schatzi. Sag was. Darüber. Wie fandst du das Spiel? Wunderbar. Wunderbar? Ja. Wie immer toll gemacht. Sag's so wie du's meinst. Du bist der geilste. Schatzi. Du bist der geilste. So wie ich's hören. Du bist auch die geilste. So. Deswegen sind wir auch zusammen. So. Okay. Dankeschön Leute. An dem Bull. Lass uns noch durchlaufen. Bis zum Ende. Wär ja auch Blödsinn sonst. Ähm. Brutz. Presented by Sega. Also es ist die Firma die das gebaut hat. Ende. Okay. Das geht ab. Okay. Ich glaub das ist jetzt ein Standbild. Jetzt kommt gleich wieder der Anfang. Sega. Ne kommt nix. Jetzt bitte bestätigen sie den Power Knopf. Und äh. Schalten aus. Ich danke fürs Zuschauen bei meinem. Ja. Jetzt. Nicht allerletzten. Sondern beim letzten. Also beim jetzigen Let's Play. Und äh. Sehen wir uns wieder zu. Let's Play. Gucken wir mal. Willkommen. Also. Tschüss.